Anscheinend hatte Heidi Klum große Lust auf eine Typ-Veränderung und griff für eine neue Frisur zu drastischen Maßnahmen. Doch nicht bei ihren eigenen Haaren. Die lange Mähne ihres Mannes Tom Kaulitz musste dran glauben. Das verriet der Musiker in seinem Podcast Senf aus Hollywood seinem Bruder Bill. Schatz, schneid mir ein bisschen die Spitzen, soll Tom zu seiner Frau Heidi gesagt haben. Diese war anscheinend von der Idee so begeistert, dass sie ihm zwei Jahre Haare abgeschnitten hat. Tom Kaulitz trauert seinen Haaren hinterher, auch wenn es jetzt kein halber Meter ist. Heidi liebt das Friseurspielen anscheinend so sehr, dass Tom sich nicht zu einem richtigen Friseur traut. Wenn ich irgendwo anders hingehen würde, wäre dicke Luft, erklärt Tom. Sein Bruder Bill zeigt in dem Gespräch nicht besonders viel Mitleid. Du hast doch gleich gewusst, dass sie die zu kurz macht. Ein Foto, welches die neue Frisur zeigt, ist bisher leider noch nicht öffentlich. bruder Willi? Damit sie aber sie zurück nicht melden.